gegen sandalen geht's los und williams hat uns verlassen ein neuer neuzun ist dabei und wer übernimmt diese position und es ist wohl die entscheidung nicht so schwer gefallen wir dürfen uns über rossi in der kampfmannschaft freuen hat er sich verdient die chance hier zu bekommen ja da eigentlich sandalen im fe cup das ist jetzt schon eventuell auch die vorletzte möglichkeit sich international zu qualifizieren in der liga muss man ja dann noch ordentlich ausgeben dass man das schafft mal schauen so sandalen ja für hans schmidt hatten wir auch angebote genauso für den mutter weg beide aber nicht angenommen warum das ist ganz einfach sind wichtige schlüsselspieler beide entwickeln sich noch ziemlich gut bei uns und suche nach ersatz war es geht zu kurz die 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 das die 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 ja mal schauen ob wir unseren ex-kolleg bezwingen ich bin dort glaube ich kann ich mich selbst an den gegang doch was ich spielen starker kohle Das war's. Das ist aber ein gutes Spiel. Das sind schon ein bisschen Erwartungen da. Das war's. 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 So, es gibt auch einen Wechsel, nämlich. Doppelwechsel. Hanschmidt kommt. Warum Ferreira? Was kann ich euch eigentlich erklären? Denn Ferreira wird kommen, dass sie so diese Position einnehmen. Nachdem Abate vom Verein verlassen wird und schon mal ein bisschen in der Kampfmannschaft schnuppern lassen. Das sieht nicht gut aus. Das tun wir mal gleich rausnehmen. Und das so machen dann raus, das wissen wir. Der kann still. Der hat gepasst. Das stimmt. Das ist einfach. Das stimmt. Das ist voll geil davon. Beziehungsweise ich. Denn ich war das jetzt. Das stimmt. Das stimmt. 2, 1, Exit. 3, 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 2, 1, Exit.